You can't take it back, no I've got so much left to say But I'll take my words and walk Sehr gucke meine geliebten Freunde und die Otaku ist da draußen immer Hahaha, hallo Hiermit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Ender Games Und ja, ich habe heute wieder das Teleporter-Kit am Start Jetzt werden sich vielleicht viele denken Ja, warum spielst du immer mit Teleporter? Nimm doch mal was anderes Und ich muss sagen, mit Teleporter kann ich es einfach am besten Teleporter ist nicht einfach ein Overpower des Kids schlechthin Sondern es hat auch die Schwächen Und man muss es richtig spielen, damit es wirklich stark ist Aber es ist auch nicht schwach Und genau das finde ich irgendwie cool, interessant Und es macht auch übelst Bock, das zu spielen Genau, deswegen spiele ich auch ultra gerne Teleporter Und meiner Meinung nach ist es momentan eines der wenigen Kids Oder der einzigen Kids, wenn nicht überhaupt Die irgendwie noch sinnvoll sind zu spielen Und einfach nur noch Spaß machen Ja, und da hinten ist ein Barbarenteam Ja, Barbaren Mit zu Hölle können die es wagen zu team? Das wird ich jetzt nicht akzeptabel ehrlich gesagt nicht Zumindest nicht so ganz Deren Sache ist Ehrensache Übrigens habe ich im letzten Part Ender Games relativ wenig Bezug zum Thema Greenhitten genommen Deswegen einige meinten, ich soll das ein bisschen mehr zeigen Beziehungsweise ein bisschen besser wahrenschaulichen Und ich muss dazu sagen, bei so einer PvP-Technik Klar, äh Kann ich mehr anständig sprechen, muss ich dazu sagen Bei so einer PvP-Technik ist natürlich ganz klar, dass ich die auch in kommenden Parts immer mal wieder verwenden werde Also da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen Ich könnte mir jetzt eigentlich noch ein zweites Eisenschwert machen Aber wie ich bereits gesagt habe Man soll sich als erstes mal auf die Rüstung konzentrieren Das ist nämlich bedeutend wichtiger für den Anfang vor allem Ja Wollte ich nur mal ehrlich gesagt haben Habe ich eine Enderperle? Habe ich tatsächlich Ja, aber der Dude ist echt nicht schlecht equiptig Ich will es jetzt mal nicht wagen Ich nutze dann lieber später mein Kit gegen den Das ist glaube ich bei Leuten schlauer Vor allem habe ich einfach gar keine Schuhe und gar keine Oder gar keinen Helm Okay, die Frage mit den Schuhen hätte sich eigentlich schon mal erledigt Der Frau ist nicht wahr bei mir Ach der war Spion Alter, cool Ich glaube das ist das erste Mal, dass ich einen Spion gekillt habe Das Kit Ja, kenne ich glaube ich halt nicht so gut Okay, da vorne ist jemand Und das scheint... Was ist das für ein Kit? So, hab ihn Da ich den Loot ganz gerne noch habe Lalalala Oh, der hatte... Oh Ja, gut Dann ist natürlich... Ne Ach, ich hab ja heute schon mehr Eisengroß Egal So soll glaube ich noch kein Damage geben Genau Ich glaube jetzt komme ich eh noch nicht weiter Weil das Problem ist Ja Jetzt geh ich halt zum... Oh Was? Wir haben Finale? Das heißt dieser Dude, den ich eben gesehen habe Ah ne, war kurz Der andere wurde eben erst gekillt Ja, dann wird der Dude, der halt als Barbar da durch die Gegend gestreift ist Ich nehme an, das ist der Dude, der gestorben ist Aber egal Ich mache jetzt hier rauf mal Schärfe So, zack Und dann hier rauf ebenfalls So Green hitting For the win Oh, der fuck Das ist ein Enderman Junge Mann Scheiß Kid Warum Hört man den Damage von den Perlen nicht mehr? Das finde ich komisch Hä? Da habe ich jetzt echt nichts gehört Loll Das Spiel nicht mehr Leute Ach und Enderman kriegt ja sowieso auch Damage Ich lebe irgendwie doch in 1980 oder so So, Leute Nächste Runde Und jetzt werden einige vielleicht fragen Ja, gut Du hast aber Green hitting gemacht Und doch sind nicht mal gerissen Er hat halt einfach die bedeutend bessere Range Ich glaube das hat man aber auch gesehen Da muss ich glaube ich gar nichts mehr dazu sagen Das ist halt der Ping Ich kann euch auch gleich mal zeigen Heute habe ich relativ hohen Ping Ich weiß nicht woran das liegt Aber naja Nicht so geil ehrlich gesagt Swisscom du bist mal wieder für jede überraschung bereit So viele Kisten Es ist fast wie im Paradies Leute So, wir haben eine Eisenhose Ein Eisenschwert Und einen Bogen mit Pfeilen Also fast besser könnte es nicht mehr laufen Oder War kurz Ne, war kurz Ich wollte eigentlich sagen Besser könnte es fast nicht mehr laufen Nicht umgekehrt Ja, hallo Gucke mal Ich bin ein Teleporter ne Solltest du einfach mal gewusst haben Denke ich mal Ist äh Sonst nicht so akzeptabel Auf jeden Fall habe ich den schon mal in den Rücken geballert Scheiße Schaf So Alter das ist hart irgendwie Was dem gerade passiert ist Man wirft ne Perle direkt gegen den Baum Überlebt es dann durch den Fall Schaden stört man noch Das ist ja Ja Aber das kann hier Das kann auch dem besten mal passieren Ja Okay Wobei der beste wahrscheinlich sogar Im Kopf den Winkel und alles berechnen könnte Was ist hier los Was ist hier los Leute Ich will das die euch wert holen Gerne Auch klar War so klar Ja So Alter Was ist hier los Ich krieg die Krise weil dieser Habe ich gerade echt die Pfeile weggeworfen Wobei war das Ja Es ist okay Ich habe noch nicht Ich habe noch nicht genug gekämpft Ich habe noch nicht genug gekämpft heute Und Tschüss Und Es kommt